Musik Schön, dass Sie alle hier sind zur ersten Preisverleihung des Liedernpreises Alleinerziehende im Klinik. Die Alleinerziehende sind ja besonders herausgefordert, weil sie nicht nur mit den Anforderungen aus ihrer Tätigkeit bei uns konfrontiert sind, sondern die größere Belastung zu Hause haben als andere Mitarbeiterinnen. Lieber Herr Doktor von Klerosten, darf ich jetzt bitten, zu mir zu kommen und endlich den gewährten Preis vom Klinik anzunehmen. Der Nieler Unternehmenspreis ist für uns eine Anerkennung für viele Jahre Arbeit daran, eine Unternehmenskultur zu schaffen, die für alle Menschen freundlich ist, aber insbesondere auch Alleinerziehende. Unsere Alleinerziehenden liegen uns am Herzen, weil sie besonders zurückgeben, das, was wir ihnen geben, durch Flexibilität, durch besondere Gestaltung ihrer Arbeitsplätze. Wir erinnern ja auch die Arbeitsabläufe, dass das passt. Und wir werden, das Unternehmen wird belohnt durch ihr besonderes Engagement. Bis zum nächsten Mal! Und bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020